Sarah Jane Wollny, das ist der Grund für ihre Abwesenheit. Die Wollnys sind schon seit vielen Jahren im TV zu sehen, die Kinder von Sylvia Wollny wuchsen unter den Augen der Öffentlichkeit auf. Kein Wunder also, dass die Wollnys Mädels sich zu Influencern gemausert haben und auf Instagram regelmäßig aus ihrem Alltag erzählen. Umso überraschender war es, als Sarah Jane Wollny plötzlich für Wochen von der Bildfläche verschwand. Nach einer kurzen Pause erklärte Sarah Jane, dass sie auf der Arbeit als examinierte Altenpflegerin Nachtschichten hatte, doch kurz danach tauchte sie erneut unter. Jetzt hat die 24-Jährige den Grund für ihre Abwesenheit verraten, und in der ging es ihr alles andere als gut. Sarah Jane Wollny, Infusion und Flüssigkeitsmangel waren schuld an der Funkstille. Ich dachte, ich lasse mal ein kleines Lebenszeichen da, schreibt Sarah Jane in ihrer Instagram-Story. Nachdem sie mit einem eingewachsenen Zehennagel zu kämpfen hatte, den sie chirurgisch entfernen lassen musste, litt die Blondine nun auch noch unter einer fiesen Magendarmerkrankung, und zwar so sehr, dass sie sogar eine Infusion benötigt hat. Doch in ihrer Instagram-Story zeigt sie sich munter, würde sich topfit fühlen. Das hätte ich nach gestern nicht gedacht, erzählt sie nach ihrem Gang zum Arzt. Denn dieser hatte es in sich. Es ging nichts mehr, Leute. Der Arzt habe herausgefunden, dass sie einen Flüssigkeitsmangel habe. Doch nach dem Besuch geht es mir definitiv schon viel besser. Zum Glück. Schließlich steht in der Familie Wollny in der nächsten Zeit viel an. Nicht nur, dass die Auswanderungspläne in die Türkei durcheinandergewirbelt werden, die Zeichen stehen auch auf Nachwuchs. So ist Nesthäckchen Loredana schwanger, und auch ein weiteres Wollny-Mitglied erwartet ein Baby, wer ist jedoch noch nicht bekannt. In Sarajanes Umfeld passiert derzeit also so einiges, umso wichtiger also, dass sie fit und gesund ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017